Mein Toter Vater, die Triemacht sammelt die letzten Tage meines Vaters in der Innsicht und ihn bereitzte. Er legte sie in die Basse Schaden seiner Seele und löste sie vom Umschlag der Planeten des Yehons. Ich bin der Arbeit der Führte und der Eifah, die Kratzler in der Behörden, aber die Macht nicht mehr, und die Kainzmahl nicht mehr, die Schwarz und Tinten. Und das Wort ist nicht mehr, als Kain.